. Genau für sich hat er sich... Warum? Ungeißig? Warum hat er das gemacht? Für Ihre Sünden bitte! Du bist Gebeneteid unter den Frauen, und Gebeneteid ich die Frucht deines Leibes, Jesus. Hier lege ich mir die Muttergottes. Die Wandermuttergottes, schauen Sie, zeigen Sie mir mal, wo Sie die Muttergottes hinstellen wollen. Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig ist der Menschenleben. Wir schwören dir, unsere Treue ist mit oben. Amen. Wir schwören dir, dass Österreich wieder katholisch wird. Amen. Hat ja deine Familie rausgeschmissen. Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig ist der Menschenglücke. Wie sich eine Kugel dreht, die bald da, bald dort entsteht. So ist unser Glück seht. wo es dann auch in der Wälder-Müllerin wieder. und